Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Centauri und willkommen in unserer kleinen dunklen Burg. Ich bin gerade am gucken ob man die da auch noch aus einem anderen Material machen kann. Okay, nee. Dann müssen wir erstmal die nehmen. Kommen wir da überhaupt hoch? Ja. Und dann müssten wir einfach hier drin gucken. Aber vor allem müssen wir den töten. Da sehe ich schon, komm. Hallo. Ich hab dich getroffen, Junge. Was? Oh, was tut er? Schmeißt hier erstmal 40.000 Samen hin? Meine Güte. Ich komm nicht mehr drüber. Ich komm nicht mehr rüber. Schalalalala. Ha. Den hab ich auch noch gekriegt. So. Jetzt zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar hier gucken, ob ich noch so andere Schläpps machen kann. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch... Alter. Lass mich in Frieden. Hey, die sind aber auch hartnäckig. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab keine Ahnung. Gut. Dann gucken wir weiter. Und wo waren wir? Hier unten schon. Genau. Ähm, ich denke, ich hab mal irgendwo welche ausgegraben. Und bauen kann man anscheinend keiner. Schade. Oh, nervlich. Äh, Türen. Kann man Goldtüren bauen? Eine Goldtür wär ja geil. Oh, Stein wär's mir noch fast lieber. So Flacken wär noch cool. Oh, nö. Was hab ich denn jetzt gebaut? Oh, du... ...doofes, behindertes Tier. Ich weiß, das sagt man nicht, aber... Ah. Jetzt hab ich irgendwas gebaut und... ...mh. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich wollte Türen gucken. Genau, beim Gold. Das ist auf jeden Fall ein cooler Kronleuchter. Ist das ne Tür? Ja. Ja, haben zwei Goldtüren. Überhaupt nicht protzig und so. Ähm, die Höhe merken. Und den Teil frei kloppen. Ich glaub, das müsste reichen. Oder eins höher. Ne, passt. Gut, dann stellen wir hier noch einen hin. Und ich glaube ein bisschen höher noch. Ah, nicht die Tür, sondern einen höher noch. Oder wie hoch haben wir es denn hier? Oder noch einen? Machen wir noch einen. So, und jetzt zu machen. So, und... ...die Tür einbauen. Genau. Hallo? Hä? Kann ich... Hallo? Was hab ich kaputt gemacht? Ich kann grad nicht da hoch. Warum? Kann ich grad nix bauen? Ich versteh's nicht. So, dann gehen wir hier einfach mal rein und probieren's von innen. Und zwar so... Hä? Hab ich was kaputt gemacht? Hä? Das war ja jetzt komisch. Äh... Nein. So, jetzt aber. Wo ist jetzt meine Goldtür? Oh, kommt schon, Leute. Ich will, dass es wieder Tag wird. Hier ist meine Goldtür. Ich hasse es. Danke! Hat ja auch nur drei Jahre gedauert, gefühlt. Hier haben wir auf jeden Fall zwei coole Kisten. Ups. Die können wir so hinstellen und... Ähm... Bin am Überlegen... Ne, das ist dumm. Guck mal, warum kann ich jetzt wieder nicht abbauen? Hä? Das ist doch lächerlich. Und hier oben können wir so eine weiße Silverchest hin tun. Genau. Und sonst... Was können wir da noch? Einen fetten Kronleuchter. Ich hole einen fetten Kronleuchter für hier unten. Die Schatzkammer soll voll Prunk sein. So, das bauen wir nach innen. Dass wir hier nicht nachts immer raus müssen. Denn das nervt. Minimal. Oh, gut. Ach. Zuerst kann ich nicht abbauen. Dann kann ich schon abbauen. Aber nicht mehr abbauen. Und dann... Das ist doch lächerlich hier. Meine Güte. Ach, was mache ich denn? Ich wollte doch nur... Einen Kronleuchter bauen. Kronleuchter bauen. Was bringt mir ein goldener Ball? Ich weiß es nicht. Ach, was habe ich denn vorhin gebaut da in der Eile? Da habe ich doch... Irgendwas habe ich gebaut. Den da. Den können wir ja eigentlich runterstellen, oder? Ja, genau. Fast. Oh, nö. Das nervt. Den Finnichen nicht mal mehr. Ist er hier oben? Nein. Da ist er doch. So. So. Hallo? Oh, warum? Das ist doch lächerlich hier oben. Echt so. Ohne Witz. Ich kann mich über sowas so aufregen. Gut. Dann, äh... Nicht. Tja. So. Dann natürlich noch einen Stock hoch. Alter, was ist denn hier los? Den will ich kaputt machen. Hi, ich habe dich kaputt gemacht. Und euch beide auch. So, das war doch jetzt effektiv. Aber der ist irgendwie creepy aus, der Große. Aber man springt nun mal nicht auf Dächern von anderen Leuten rum. Das müsste er eigentlich wissen. So. Und da hoch. Und genau den einen kommen wir wieder nicht. Genau. Das machen wir dann einfach so. Und so. Da kann ich wieder nicht ran. Genau. Da war ja was. Ernsthaft? Wie kommst du da überhaupt durch? So ein Futzel Erde und... Was kommt? Zombie. Richtig, richtig geil. Jetzt komm ich da wieder nicht hoch, ey. Das nervt doch. Ähm... Den letzten muss ich von unten bauen. So. Jetzt aber. Zu. So, nee, wartet mal. Ich wollte doch... Ich brauch vorher neue Blöcke. So, und ich baue hier keine Erde mehr hin. Das ist doch bescheuert. Tür zu. Genau. Jetzt aber. Ich wollte bauen... Ich wollte bauen... Mehr Steine. Steinblöcke, so. Wenn ich dann nach ganz unten scrolle, kommen die dann oder bin ich im falschen Inventar? Ich bin natürlich im falschen Inventar. Scheiße. Gut, dann brauchen wir jetzt was anderes. Und zwar... Uh, die können wir auch noch unterstellen. Die sieht auch cool aus. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Also, heute nervt es mich so ein bisschen, das Spiel. Aber sagen wir es mal keinem. Uh, die... Ach. Sowas habe ich gesucht. Natürlich komme ich da jetzt dann dennoch nicht hoch. Weil... Scheiße und so. Aber ich könnte es doch so mal probieren. Und dann einfach die Dinger wieder weg... Jo. Läuft. Da. Genau. Dann sieht das so ein bisschen... Ja, schon... Wie auch immer. Da hoch und... Ähm... So. Dass wir hier hochkommen. Und... Den zu. Dann kann ich mir da noch ein paar Seelen holen. Ach, endlich. Und wieso brennt ihr nicht? Es ist... Tag. Hallo. Habt ihr da was verpasst? Tag. Sind keine Zombies hier und so. Lauf, mein Hühnchen. Lauf. Lauf. Lauf, meine Hühne. Ich glaube, die zwei gehören nicht mehr. Sonst würden die nicht so panisch von mir weglaufen. Dann merken sie, oh scheiße, hier geht es ja gar nicht weiter. Ähm, wo haben wir das dann gebaut? Da. Ja, hier. Und nochmal 200. Oder 300. Nehmen wir 300. Kommt schon. Alle guten Dinge sind 3 oder wie war das? So. Dann geht's weiter. Und die Hühner sind fleißig am Eier legen. So. Ist natürlich jetzt ein langer Weg, aber egal. Dann können wir wenigstens so pro, ähm, wie heißt's, ein Territorium so ein bisschen ein, 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 ein Grundstück bauen. Hoch. So. Ähm, aua, aua. Ich komm nicht hoch. Dankeschön. So. Dann hier weiter. Ich will hier nämlich jetzt nur so einen Turm drauf bauen, weil soll ja schließlich noch eine Burg werden. Ähm, reicht eigentlich von der Höhe für einen Turm, oder? So. Und. Ach nein. Lass mich in Ruhe. Ich will doch hier nur bauen. So. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi. Hoi. Uh. Ich spiel grad nebenbei Pokémon Go. Und ein Magnetilo ist in der Nähe. Das muss ich jetzt leider kurz fangen. Uh, 508. Welches Level seid ihr momentan in Pokémon Go? Ich bin, äh, 23. Vom Level her meine ich natürlich. So. Ja. Magnetilo wurde gefangen. Oh nö, das war doof. Das wollte ich nicht. Und wo kommst du her? Scheiß Blob. Ich krieg' ja keinen Fallschaden mehr. Das ist eigentlich echt praktisch. So. Und ein Tauburger. Gut, der kann stehen bleiben. Aber Magnetilo nehm' ich mit. Auch während einer Aufnahme. Ähm. Ich wollte, ich wollte... Oh, da sieht das doof aus. Ne, ich mach' das jetzt einfach so. Ich muss da Höhe bauen für. So. So. So, 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 so. So, 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 so. Und jetzt höher. Weil hier dann nochmal so'n, so'n kleiner Turm werden soll. Hallo. Dankeschön. Und darauf dann wieder so. Hier sollen dann wieder so Kronen werden. Genau. So, 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 so. Ähm. Ähm. Das war verklickt. Ich hoffe mal, das geht sich vom Muster her aus. Mit unserem Startding. Andersrum wär's ziemlich doof. Ich glaub', das ist... Ja, das ist richtig. So. Und weiter geht's. Oder? Ja, so stimmt's. Gut. Mal gucken, ob das jetzt bis ganz hinten klappt. Ich bezweifle es doch stark. Würde es aber durchaus begrüßen, wenn es klappt. So. Dann war das hier falsch. Aber gut. Ähm. Oh. Alter, das kann's doch nicht sein. Oh, ich bin so stolz auf uns. Und das ist schön geworden. So. Und wir hier eine doppelte Mauer haben. So eine einfache sieht so ein bisschen schlank aus. Ja. Doppelt. So. Und hier noch. So, dafür muss ich ein bisschen höher. Und wenn wir hier noch doppelt haben wollen. Genau. Und dann kann das hier weg. Der ist zwar überhaupt nicht in der Mitte. Aber egal. Ich wollte den ja nicht mittig haben. Nee, so sieht's doof aus. Das machen wir so und so. Der kommt auch weg. Und so. Und dann kommt hier noch so eine extra Kammer hin. Genau. So. Und hier wachsen schon Blumen. What the fuck? Eine fliegende Blume. Man lasst mich doch den scheiß Dreck hier jetzt abbauen. Leute. Ich sag so, hier nun wieder ist das Spiel echt nervig. So. Dann machen wir das auch doppelt. Und hier kommen wir natürlich nicht hoch. So. Jetzt aber. Bum. Wie machen wir es? So? Oder auch einen Abstand? Ich glaube, einen Abstand finde ich. Ja. Genau. So. Dann hier den ganzen Dreck wieder weg. Und dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.